Und dann ist der nämlich schon mal fertig. Als erster Laden. Auch wenn er zugegeben so ein bisschen katastrophisch aussieht, ist mir egal. Jetzt erstmal die Schuhe alle platzieren. Wie kann es sein, dass davon sieben platziert sind? Ich muss sie erst auffüllen, alle. Sonst kriege ich die Krise. Ich muss ja zehn Stück von jedem haben, praktisch. Wenn ich jetzt erstmal eine aufgefüllt habe, dann kann ich auch sagen, welche Schuhe ich noch platzieren muss und welche nicht. So, voll, ne nicht voll, da fehlt ja der Ende Schuhe jetzt, aber den habe ich ja jetzt auch geklaut erstmal. Das ist jetzt halt erstmal so, weil ich jetzt erstmal diese hier auffüllen möchte. Nein, kann ich nicht. So, und jetzt kann ich nämlich da oben auf jeden Fall schon mal hier die letzten... Warum stellt ihr euch an der Kasse an, wo kein Verkäufer ist? Das ist halt schon tendenziell eher dumm, aber es ist okay. Ich meckere nicht. Nicht über Kunden meckern, wenn die Kunden vor einem stehen. So, hier fehlen die lästigen Schuhe auf jeden Fall. Dann nehmen wir doch einfach diese hier, ja? Platzieren wir die doch einfach. Platzieren wir weitere lästige Schuhe, weil wir haben nämlich, glaube ich, nochmal 10 gehabt irgendwo, ne? Die müssen ja jetzt rein theoretisch, sozusagen sind die ja jetzt zu viel. Also in Anführungsstrichen. Schuhe lässig, nächste lässigen, haben wir noch lässige Schuhe? Die habe ich nicht platziert. So habe ich noch andere Schuhe zu viel gerade. Sneaker zum Beispiel. Ja. Habe ich davon noch eins zu viel? Nein. Doch. Ja, das Lager ist voll, ich weiß. Ich habe auch viel bestellt, leider. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken, dass ich jetzt hier dann noch die... Dann habe ich bestimmt auch zwei Stilvolle zu viel, ne? Ja. Warte mal, dann habe ich bestimmt auch zwei Spur zu viel, weil dann habe ich nämlich... Ja. Gucke mal eine an, dann passt das nämlich doch genau. Dann passt das ja. Dann habe ich nämlich gar nicht zu viel bestellt, sondern habe die einfach nur nicht neu platziert. Dann kann ich gleich nämlich sehr gezielt zählen, wie viele Schuhe ich denn wirklich noch brauche. Weil ich nämlich jetzt eben 13 bestellt, wäre mir das Konzept um die Ohren geflogen. Und irgendwas passt mit den Sportschuhen nicht. Weil davon habe ich nämlich auch zu... Davon habe ich definitiv... Von den Sportschuhen habe ich glaube ich schon zu viele, ja. Weil... Wo kommen die hier? Wo kommen die hier ganzen Schuhe her? Hä? Vielleicht muss ich keine Sportschuhe mehr bestellen, weil ich kann ja jetzt hier immer schön platzieren. Ich habe ja... Also zu viele Sportschuhe werden es nicht sein für den Laden. Das kann ich schon mal spoilern. Äh... Es... Oh... Ne, das ist Quatsch. Weil die sollen nämlich nach ganz unten natürlich genommen. Zu viele Sportschuhe werde ich nicht haben. Hoffe ich. Weil ich ja jetzt viel platzieren kann noch. Auch wenn mich das schon ein bisschen wundert, wie viele Sportschuhe ich zu viel habe irgendwie. Also das ist ja... Es ist nicht wenig gewesen, ne. Aber okay. So. Dann wollen wir mal. Hemden. Kurz endlich. Da müsste ich insbesondere unten viele Zähne haben. Zack. Platzieren. So. 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 Oh ich glaube ich habe einen doppelt platziert. Ich glaube ich habe einmal schon nicht aufgepasst. Weil da waren glaube ich 11 von da. Hätte ich aufpassen müssen. Warte mal, jetzt müsste hier einer sein. einer von den beiden, ne. weil das sind 5 und 5 und das sind auch 5 und 5 ne ok dann habe ich jetzt doppelt platziert das ist schon mal das ist schon mal gut so hier du warst auch schon voll also wir haben dreimal lang einmal kurz und dreimal kurz dreimal kurz machen wir hier ruhig die kurzen hin ist mir auch egal eigentlich wo die sind um ehrlich zu sein davon haben wir genau zehn ich muss erst wieder sachen platzieren die schon habe ist das furchtbar das ist Entschuldigung. So und jetzt habe ich ja auf jeden Fall welche verkauft, auf jeden Fall oder platziert. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht mehr überall. Das sind 13, das kann nicht sein. Das habe ich safe platziert. Das ist bestimmt da ganz hinten irgendwo. Da warte ich. Wenn das überall bleibt am Ende, dann platziere ich es doch noch. Aber... Eins... Zwei... Drei... Hier kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die alle geholt habe. Dann um hier noch kurz hin. Excuse me. Ich mache das nicht nochmal, ne? Also alles was jetzt hier doppelt platziert ist, hat dann halt jetzt sozusagen Pech. Und dann machen wir hier nochmal kurz hin. So Leute, ich will noch Schuhe bestellen hier. Ich muss ein bisschen besser vorankommen hier mit meinen Platzierungen eigentlich. Das habe ich... Um ehrlich zu sein. Eins... Genau, das Grüne habe ich noch bestellt. Zwei, das weiß ich. Das habe ich noch nicht platziert, das weiß ich auch. Und jetzt bleibt es nur noch du über. Das heißt, du musst es sein. Zwangsläufig. So, das heißt, das habe ich auf jeden Fall auch fertig jetzt. Und jetzt kommen die Langarmshirts. Warte mal. Bis die Langarmshirts da sind, kann ich schon mal die Schuhe bestellen, weil... Bis ich das alles platziert habe, das dauert ja noch ein bisschen. So, ich brauche noch Schuhe. Ah ja, okay, hier. Eins... Gott, was ist hier los? Aber jetzt sind die Schuhe, ne? Eins... Zwei... Drei... Elf... Weil das sind jeweils acht, ne? Also, ich brauche Bestellung. Zack, Inventar. Mindest Bestellwert. Schuhe... Lässig. Davon habe ich safe keine mehr im Lager überall, ne? Warte. Ich muss noch einmal kurz hier kontrollieren, dass ich nicht jetzt hier... Einen ganz doofen Fehler mache, vielleicht. Da steht nämlich einer... Da steht schon einer von dem Laden. Das heißt... Schuhe... Lässig... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Zwei... Fünf... Sechs... Zwei... Zehn... Elf... Zwei... 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 Passt! Zwei... Zwei... Und ich möchte von dieser Macke auch einen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und elf. Und eins und zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Passt. Stilvoll fangen wir auch unten an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und elf. Und jetzt darf ich aber nicht mehr elf, sondern darf ich nur noch drei weniger also zehn neun acht also acht stück noch acht sportschuhe dürfen noch ein Wuhu. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Hallo. Wo sind, seid ihr noch, ihr ganzen Schuhe hier? Gut, das passt so. Das heißt, wir haben jetzt alles bestellt, was ich bestellen muss in diesem Laden. Und der muss jetzt auch kommen, weil sonst kriegt ich nicht die Krise. So. Ähm. Ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte die Artikel platzieren, bitte. Gut, hier sind schon Pullover. Das ist schon mal gut. Gut. Was ist hier? Da ist auch schon was platziert worden. Danke. Aber das ist leer. Warum ist der leer? Warum ist schon wieder so spät in diesem Spiel? Abbrechen. Das sind T-Shirts, brauche ich nicht. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich jetzt den Haken ja machen, ne? Aber das kriege ich nicht hin. Leider. Das bekomme ich leider nicht hin. Weil ich die... Nicht genug Platz. Was? Nein. 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 so ja leider kann ich jetzt doch keinen Haken hinter den Laden machen, da fehlt noch ein Tag, ein finaler Tag fehlt noch, ich habe zu wenig Zeit gehabt leider, um das ganze so zu machen wie es sein muss, schade, das Lager ist auch voll, komm Leute schnell, ich möchte jetzt hier in diesem Laden wirklich den letzten Tag verbringen, sonst ist es doof, also krank, krank, krank ist schon mal okay, das habe ich schon mal gelesen, das ist okay, das ist nicht okay, dass der drauf gedrückt hat, das war doof, Mann, oh, so, Amat, Tanja, Amat, Tanja, dann brauche ich, dann brauche ich Tanja, das bist du, irgendwie sind die letzten Züge in den Läden immer ein bisschen anstrengend, finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, also finde ich irgendwie so jetzt, auch hier jetzt finde ich halt Elisa und Jacqueline, ich finde immer so, kurz bevor ich die loslassen möchte, da wird jetzt immer nochmal irgendwie kritisch, Elisa ist, ähm, hier, und Jacqueline ist, da unten, das ist gut, so, zack, hier, fertig machen hier, Bewerbung abhandeln hier, weil wir brauchen ja Mitarbeiter sowieso, deswegen kann ich hier auch ruhig wieder einfach einstellen, ohne, dass ich mir das große angucke, weil ich brauche Mitarbeiter ohne Ende noch, obwohl wir haben heute relativ viel geschafft, schon, also wir hören ja gleich mit King of Retail auf und wechseln in Richtung Monster Hunter, aber wir haben schon viel geschafft heute, auch in King of Retail, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel schaffen, sogar Tatsache, also wir haben schon mehr geschafft, als ich dachte, das ist schon mal sehr, sehr positiv, so, was macht denn ihr drei, so tolles, was kannst du, Kasse, Kasse ist super, 1, 2, 3, das fehlt nämlich noch, äh, hier können wir nämlich dann auch die, du machst die Kasse abends bei dem, beim, beim anderen Tag, äh, von 12 Uhr bis 20 Uhr, weil Kasse brauche ich, das ist, Kasse ist super, dass du Kasse machst, das ist wirklich, also freut mich richtig, dass du Kasse machst, bitte einmal die, Kasse machen, um diese Uhrzeit immer, und, äh, 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 natürlich auch so, das ist schon mal super, was machst du Schönes, Marketing und Sicherheit, mal gucken, ob wir Sicherheit, bis 19, dann bist du bis 19, dann bist du ja, komm, dann kannst du die Sicherheit am Samstagabend übernehmen, da brauche ich schließlich auch noch Leute für, ne, so, du machst ihn ganz hinter Sicherheit, und da du am Samstag arbeitest, oh, ich bin immer viel frei, ja, das ist auch ein bisschen, also manchmal zweifle ich an dem System auch so ein bisschen, ne, ob das so gut ist, Artikelhandhabung, brauche ich nicht, kannst du irgendwas anderes noch, komm, wir machen dich mal zu dem Promi hier, für Männerhosen, ja, du wirst ja jetzt Verkäufer, passt doch super, wann verkaufst du denn dann bitte, das ist natürlich super, das ist natürlich gut,